Willkommen zurück zum Let's Play oder auch Guide F1 Manager 2022. Wir spielen mit Williams und gehen zu unserem ersten Rennwochenende nach Bahrain. Das Grand Prix Rennwochenende. Der Bahrain International Circuit ist eine anspruchsvolle Strecke. In den engen Kurven müssen die Autos weit runterschalten. Da bergab gebremst werden muss, könnten die Räder blockieren. Dieses Risiko müssen die Fahrer in den Griff bekommen. Konzentration und Balance sind hier für den Sieg nötig. So früh in der Saison gibt es noch viele Möglichkeiten, die Dinge zu ändern. In diesem Sport gibt es einfach keine Garantie. Bleiben Sie dran, denn wir fangen gerade erst an. So in der Einleitung kriegen wir immer ein paar Informationen. Finde ich nicht so nützlich, ich überspringe das mittlerweile meistens. Und wir sind beim Training angekommen. Wie gesagt, wenn ihr mit Tutorial spielt, dann müsst ihr dieses simulieren. Ihr kriegt ja noch ein paar Berichte, wenn ihr euch die anschauen müsst. Ihr kennt das von der Rennstreckenübersicht. Könnt ihr euch alles anschauen. Wo sind die DRS-Zonen etc. Da gehe ich jetzt nicht so stark drauf ein. Dann könnt ihr euch alles natürlich in Ruhe angucken. Genauso Reifenmischung, wie da so die Rundenzeiten sind etc. Finde ich jetzt gerade nicht so wichtig. Bei den Sponsoren findet ihr nochmal eure Ziele, die ihr euch gesetzt habt. Oder die die Sponsoren euch setzen. Ansonsten ist das nicht so wichtig. Ganz wichtig, vielleicht immer so aufs Wetter achten. Habt ihr im Rennen oder sonst wo mit Regen zu rechnen, dann müsst ihr natürlich ein bisschen darauf reagieren. Aber fürs Training ist es eigentlich erstmal nicht wichtig für die ersten Training-Sessions. So, jetzt haben wir die T1-Vorbereitung. Also ein Rennwochenende funktioniert immer so. Ihr habt drei Training-Sessions. A, eine Stunde. Training 1, Training 2, Training 3. Dann kommt Qualifying. Je nachdem, ob ihr euch qualifiziert für Q2 und Q3, läuft das natürlich ein bisschen länger. Wir werden mit Williams wahrscheinlich meistens in der ersten Runde ausscheiden. Und dann habt ihr natürlich als letztes immer das Rennen. Ähm, Training und Qualifying könnt ihr theoretisch simulieren. Rennen müsst ihr immer bestreiten. So, ähm, was können wir vor dem ersten Training alles einstellen? Oder machen wir es erstmal so. Wofür ist überhaupt das Training gedacht? Ähm, Training 1 bis 3 ist dafür gedacht, um dem Fahrer einen Leistungsbonus zu verschaffen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil es gibt in der Summe bis zu 15 Attributspunkte obendrauf. Ne, das seht ihr auf der rechten Seite, wie sich das Ganze dann verändern würde. Oder könnte, welche Stats das sind. Ähm, wenn ihr bestimmte Sachen erfüllt. Ne, die Entwickler wollen halt, dass auch die Training-Sessions wirklich sinnvoll sind. Und von daher gibt es diesen doch recht starken Bonus, auf den man achten sollte. Ganz kurz, wenn ihr das Ganze simuliert, die Training-Sessions, ihr spart damit pro Rennwochenende, würde ich sagen, Minimum 30, 35 Minuten ein. Wenn ihr nur Qualifying und Rennen macht. Ihr müsst dann aber auch damit rechnen, dass eure Fahrer, wie gesagt, weniger Attributspunkte haben. Und möglicherweise auch mit ihrem Setup-Vertrauen überhaupt nicht, ähm, zufrieden sind. Vielleicht maximal so 40, 50, 60 Prozent haben von 100. Ähm, und dementsprechend, wenn ihr Pech habt, auch, äh, deswegen vielleicht ein bisschen unsicherer sind mit ihrem Auto. Und dementsprechend vielleicht auch ein paar mehr Unfälle, ähm, passieren können. Nein. So, es gibt drei Sachen, die diesen Leistungsbonus bestimmen. Wie gesagt, ihr könnt bis zu 15 Punkte bekommen. Ähm, bei der Streckeneingewöhnung seht ihr, auf der rechten Seite könnt ihr die ersten drei Punkte bekommen. Dafür muss die Streckeneingewöhnung auf 100 Prozent steigen. Ähm, das tut sie ganz einfach dadurch, dass ihr in den Training-Sessions möglichst viel mit dem Auto auf der Strecke seid. Ganz einfach, ja. Ja, je länger ihr draußen seid und, ähm, mit eurem Auto, äh, auf der Strecke fahrt, fahrt, ähm, desto mehr, ähm, ja. Ja, Streckeneingewöhnung bekommt der Fahrer, bis ihr eben irgendwann 100 Prozent erreicht. Hier muss man nur eine Sache, eine Sache beachten. Ähm, wenn ihr zum Beispiel in einer Training-Session, äh, in einer Training-Session 40 Runden fahrt, dann macht es einen Unterschied für die Streckeneingewöhnung, ob ihr zweimal 20 fahrt. Also ihr fahrt 20 Runden, fahrt dann in die Box und fahrt nochmal 20 Runden. Oder ihr nehmt einen harten Reifen zum Beispiel und fahrt direkt am Stück 40 Runden. Dann, mit diesen 40 Runden am Stück, habt ihr mehr Streckeneingewöhnung, als wenn ihr zweimal 20 fahrt, obwohl ihr die gleiche Anzahl an Runden fahrt. Das liegt einfach daran, dass die Streckeneingewöhnung eben, ähm, schneller ansteigt, ähm, je länger ihr am Stück draußen seid auf der Strecke. Das ist ganz wichtig zu wissen, äh, dass man sich da nicht wundert, warum das unterschiedlich ansteigt. Autoteilekenntnis ist viel, ich sag mal, simpler. Da könnt ihr auch nochmal drei Punkte abgreifen. Am Anfang der Saison kennt ihr euer Auto noch gar nicht. Das heißt, ähm, da dauert es ein bisschen, bis sich der Fahrer, ich sag mal, mit den ganzen Autoteilen, ähm, ähm, sich damit wohlfühlt. Und im Laufe der Saison ist es dann so, dass dieses Thema meistens relativ schnell abgehakt ist im Training. Und nur wenn ihr neue Teile anbaut an euer Auto, habt ihr immer wieder so, ja, müssen eure Fahrer einfach lernen, mit diesen neuen Autoteilen besser zurechtzukommen, ja. Das wollt ihr auch auf 100% haben. Und den größten Unterschied für den Leistungsbonus, nämlich 9 von 15 Punkten, macht das Setup-Vertrauen. Ähm, das ist eine Art Minispiel, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Gehen wir erstmal weiter. Wir haben Reifenmischungen, ne, wer die Formel 1 kennt, weiß, es gibt weiche, äh, ich sag mal, mittlere und harte Reifen unter trockenen Bedingungen. Dann gibt's noch die Intermediate-Reifen und auch die Regenreifen, auf die ich auch später zu einem anderen Zeitpunkt nochmal genauer eingehe, was da genau der Unterschied ist. Jetzt bleiben wir mal bei den Trockenmischungen. Ihr wollt fürs Qualifying, ähm, gerade wenn ihr bis ins Q3 kommt mit eurem Team, mit eurem Fahrer, möglichst viele weiche Reifen noch übrig haben. Weil ihr eben mit den weichen Reifen immer die schnellste Runde fahren könnt. Also auf einer Runde ist der weiche Reifen immer der beste. Darum wollt ihr fürs Qualifying immer möglichst viele davon haben, wenn es geht, ähm, auch noch im Zustand von 100%. Können auch ein bisschen angefahren sein, macht keinen Riesenunterschied, aber 100% ist natürlich immer am besten. Ähm, bei den meisten Strategien kann ich schon verraten, im Rennen für die Boxenstopp-Strategie werdet ihr meistens die mittleren und die harten Reifen benutzen und eher weniger die weichen. Wobei nochmal, das, das wird natürlich von Strecke zu Strecke sich ein bisschen unterscheiden. Aber so oft werden wir weich im Rennen nicht fahren. So, was haben wir noch? Autoteile ist klar, das ist alles, was verbaut ist. Wichtig vielleicht noch für die, für, für, für die langfristige Planung. Ähm, Motor, ERS und Getriebe werden sich abnutzen. Davon habt ihr auch nur eine bestimmte Anzahl, ja. Ihr habt nur zwei, ähm, beziehungsweise drei habt ihr. Drei, äh, dreimal einen Motor, den ihr insgesamt wechseln könnt. Das heißt, ähm, ja, bei den ganzen Rennen im, im Kalenderjahr muss das dann bis zum Ende auch reichen. Sollte es nicht reichen, äh, müsst ihr immer jeweils eine Million draufzahlen, wenn ihr zum Beispiel am Ende der Saison einen neuen Motor noch benötigt. Genau das gleiche für ERS und Getriebe. Da habt ihr unterschiedlich viele, ähm, ERS zum Beispiel habt ihr insgesamt zwei. Das heißt, das erste ERS-System sollte ungefähr die Hälfte der, der, äh, ganzen Rennstrecken, äh, halten, bevor ihr das zweite einbaut. Und bei den Getrieben habt ihr insgesamt vier zur Auswahl. So, was haben wir noch? Autosetup. Jetzt kommen wir eben zu diesem Art Menispiel. Auch hier hat das Spiel meiner Meinung nach es sehr gut gelöst. Es erwartet nicht, ähm, dass wir als Spieler unbedingt wissen, was das alles bedeutet. Was ist Übersteuern, Kurvengeschwindigkeit, Traktion, was sind, ähm, ne, warum ist das wichtig? Also, man braucht keinen technischen Sachverstand, man muss kein Automechaniker, selber kein Ingenieur sein. Man muss auch nicht extrem viele Kenntnisse über die Formel 1 haben. Dieses System mit dem Fahrer-Setup funktioniert folgendermaßen. Es ist eine Art kleines Spiel, Minispiel, ähm, und ihr wollt beim Fahrer-Setup vertrauen am Ende, wenn möglich, auf 100% kommen. Ich sag mal, realistischer ist es, dass ihr versucht anzustreben, meistens auf über 90% zu kommen, würde ich sagen. Das könnt ihr hier mit einstellen, ähm, hier auf der linken Seite, ne, ihr seht dann auf der rechten Seite, wie sich die, die Sachen verschieben. Dementsprechend könnt ihr auch sehen, was, was verschiebt. Also, Heckflügel, wenn ihr den bewegt, ne, seht ihr ja, dass sich eigentlich alles so ein bisschen bewegt, aber am größten bewegt sich, ähm, das in der unteren Kategorie, nämlich auf den Geraden, ja. So solltet ihr euch damit mal vertraut machen, nach und nach, die Erfahrung werdet ihr auch sammeln, ähm, was, wie, was, ähm, wie groß beeinflusst. Und am Ende, jetzt kommen wir mal zum Ziel, wie erreicht man denn bis zu 90% bei einem Fahrer? Setup, es geht darum, dass ein einzelner Fahrer sich mit dem Auto, mit dem Setup, was hier einstellt für ihn, ähm, möglichst wohl fühlt. Und das ist von Fahrer zu Fahrer und Auto zu Auto einfach sehr unterschiedlich. Und die haben, die Entwickler haben daraus ein kleines Minispiel gemacht, ähm, ihr könntet jetzt theoretisch auch beim ersten Mal schon die 100% mehr oder weniger erraten. Genau das ist nämlich das Ziel, ihr müsst in jeder dieser Kategorien, ihr habt hier fünf Kategorien, ne, Übersteuern, Bremsstabilität, Kurvengeschwindigkeit, Traktion und Geraden, müsst ihr sozusagen den richtigen Punkt treffen, wo es dem Fahrer am besten gefällt. Zum Beispiel, dass Übersteuern genau in der Position ist, ja, oder dass die Geraden genau in der Position sind. Und das, so schicken wir gleich mal Gastly auf die Strecke mit diesen Einstellungen. Und wenn er dann genug Erfahrung mit dem Auto gesammelt hat, mit dem Setup, wird er uns, äh, Feedback geben und sagen, das war jetzt, je nach Kategorie wird er uns sagen, das war vielleicht gut, das war schon optimal, also perfekt, sag ich mal, ja. Oder in einer anderen Kategorie, das war richtig schlecht. Bremsstabilität hat ihm vielleicht dann gar nicht gefallen, ne, wir werden es gleich sehen an einem Beispiel. Ich gehe das nur schon mal einmal mit euch durch. Und dann könnt ihr wieder eben hier die Sachen verschieben. Sagen wir mal, bei Übersteuern war es schlecht, dann wäre es sinnvoll, vielleicht beim Frontflügel nochmal was zu ändern, ja. Aber man muss dann auch die anderen Sachen wieder beachten. Also das ist so eine kleine Fummelei, da kann man sich reinarbeiten und ich würde sagen, also ich habe ungefähr, weiß nicht, vielleicht fünf, sechs Mal gebraucht, um da einfach ein gutes Gespür zu bekommen, dass ich meistens auf über 90% Setup-Vertrauen komme. Aber wir sehen uns das gleich mal in der Realität an, wie es dann richtig funktioniert. So, Laufplan, hier stelle ich meistens am Anfang in Training 1 mit weichen Reifen so auf 18 Runden. Das reicht meistens, dass Fahrer es schaffen, eben das Setup zu bewerten, eben Feedback zu geben. Wir werden es gleich sehen. Fahreroptionen, da gehe ich dann gleich in der Trainingssession nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Nur mal erstmal ganz kurz, Tempomodus, das macht im Training noch nicht viel Sinn, da groß rumzufummeln. Ihr sagt dem Fahrer einfach damit nur, fahr bitte ein bisschen langsamer, um die Reifen zu schonen. Das wäre hier die unterste Einstellung. Hier ist der Fahrer mit seinem Auto sozusagen fährt er am langsamsten. Dafür verbrauchen sich die Reifen am wenigsten. Weil jeder Reifen, vielleicht für alle Anfänger, die das gar nicht kennen, hat nur eine gewisse Lebensdauer, die unterschiedlich ist. Da gehe ich auch nochmal kurz drauf ein. Wir sehen das jetzt hier in der Mitte. In dem Fall, der weiche Reifen hält 24 Runden circa. Der mittlere hält 33 Runden und der harte hier auf trockener Bedingung 39 Runden. Das ist eine ungefähre Angabe. Und ihr könnt eben im Rennen wie auch im Training das theoretisch so ein bisschen steuern, indem ihr dem Fahrer sagt, fahr ein bisschen langsamer, um Reifen zu schonen. Oder fahr ganz schnell für maximale Geschwindigkeit. Dafür wird der Reifen aber auch maximal beansprucht. Ihr seht das ja auch hier in der Mitte, was das für Effekte hat. Ihr kriegt mehr Tempo in den Kurven. Habt auch eine bessere Beschleunigung, zum Beispiel zum Überholen. Aber der Reifenverschleiß und die Temperatur steigt natürlich dann viel weiter nach oben. Und auch der Motorverschleiß. Das seht ihr hier ganz gut. Genauso Kraftstoffverbrauch ist ein bisschen ähnlich, sag ich mal. Nur hat natürlich nichts mit den Reifen zu tun, sondern ihr könnt ein bisschen Sprit einsparen, wenn ihr das müsst. Ist meistens nicht notwendig, wenn ihr vernünftig eure Strategie plant. Meistens werdet ihr wahrscheinlich ausgewogen. Oder wenn ihr mal für ein paar Runden extra schnell fahren wollt, werdet ihr vielleicht auf einen hohen Kraftstoffverbrauch gehen im Rennen. Und ERS, da werde ich gleich im Training nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Wir haben das Ganze erstmal hier eingestellt bei dem ersten Fahrer. Jetzt machen wir das beim zweiten auch nochmal schnell. Ich gehe mal, wie gesagt, auf ungefähr 18 Runden. Wir nehmen weichen Reifen. Den Rest-Setup könnten wir auch ein bisschen verstellen. Man kann auch Standard am Anfang immer drin lassen. Für das erste Mal ist das jetzt nicht schlimm. Hier lasse ich auch immer Standard eigentlich. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum ersten Training. Wie gesagt, hier werdet ihr jetzt vom Tutorial dazu gezwungen, das Ganze zu simulieren. Zum Beispiel bis zum Qualifying. Dann würdet ihr die Training 1, 2 und 3 eben überspringen. Wir werden das Training jetzt allerdings einmal machen. So, jetzt sind wir im Training und ganz wichtig, wir lassen unsere Fahrer direkt raus. Wir haben ja vorher schon alles eingestellt. Ich überspringe das hier mal, die Animation und den zweiten gleich hinterher. Weil nochmal in den Training-Sessions ist es am wichtigsten, möglichst viel Zeit auf der Strecke zu verbringen und das Fahrer-Setup so einzustellen, dass die Fahrer möglichst zufrieden sind mit 100% oder ich sag mal 90 bis 100%. Und ja, dann sind wir jetzt auch zum ersten Mal im Spiel. Dann gehen wir vielleicht mal kurz auf die Menüführung oder auf das Interface, was wir hier haben, ein. Wir sehen links eben immer die ganzen Fahrer, die es gibt. Nicht nur die, die auf der Strecke sind. Wir haben unsere hier mit Gasly. Okay, wenn ihr draufklickt, schaltet die Kamera auch immer dahin, Albon. Und im Moment ist noch kein anderer draußen, aber ihr würdet genauso jetzt umschalten können zu anderen Fahrern. Wenn Russell zum Beispiel auf der Strecke ist, würdet ihr ihn jetzt sehen oder Hamilton. Da sie in der Box sind, seht ihr nur die Box natürlich. Bleiben wir mal bei Gasly. Dann habt ihr hier unterschiedliche Kamera-Ansichten. Das ist jetzt die Außenansicht, so ähnlich wie man es vielleicht aus dem Fernsehen kennt, ja. Wo immer von Kamera zu Kamera weitergeschaltet wird, wie es eben dem Streckenverlauf, zu dem Streckenverlauf passt. Ihr könnt jetzt aber auch umschalten, zum Beispiel links, dann seid ihr hier, ne, auf so einer, ja, am Flügel, am Frontflügel. Oder hier so eine seitliche, hinterm Cockpit die Kamera, die Rückansicht. Und eben in der Kameraposition bin ich sehr oft in der Cockpit-Ansicht. So könnt ihr eben auch hin und her schalten und immer schön gucken, was eure Fahrer da machen. Ich bin eigentlich, wie gesagt, meistens in dieser Ansicht oder in der totalen, also in dieser Ansicht, aber meistens in der. Ihr könnt aber auch auf die Streckenkarte wechseln. Das ist vielleicht für einen Manager meistens sogar am besten. Auch wenn es natürlich das Spiel in der Cockpit-Ansicht zum Beispiel besser aussieht, auf der Strecke direkt. Aber hier habt ihr immer einen super, ne, Überblick über die ganze Karte. Gerade im Rennen seht sofort, wo alle wichtigen Fahrer, eure Konkurrenten sich befinden und könnt dann eben dementsprechend eure Entscheidungen treffen. Dann haben wir hier noch, ja, die Pause-Funktion. Ihr könnt auch in der Pause-Funktion alles Mögliche machen, ja, in diesem Spiel. Also gerade für Anfänger eine super Hilfe. Gerade im Rennen, in stressigen Situationen, auch im Qualifying vielleicht, könnt ihr jederzeit das Spiel einfach mal pausieren und euch erstmal Gedanken machen. Und ihr könnt die Spielgeschwindigkeit hoch und runter stellen. Einfach, zweifach, vierfach, achtfach und sechzehnfach. Wobei es so ist, wenn ihr auf der Strecke sein wollt, gehen wir mal bei Gasly, zu Gasly hin, ist maximal doppelte Geschwindigkeit möglich. Geht ihr auf vierfache Geschwindigkeit, wechselt er automatisch auf diese Kartenansicht. Und wie gesagt, bis zu 16 Mal. Und, ja, wenn ihr im Training geübt seid, ihr lasst eure Fahrer einfach nur fahren, dann seid ihr meistens auf 16-facher Geschwindigkeit, um einfach nur das Training schnell hinter euch zu bringen. Weil super spannend ist es leider nicht. Es erfüllt seinen Zweck, aber mehr auch nicht. Ja, wir sehen jetzt auch mal hier, Autoteilekenntnis geht hoch, vier Prozent, vier Prozent. Ihr habt das Interface immer, kommen wir jetzt mal vielleicht auf die Fahrer oder gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz nach oben rechts. Hier habt ihr nochmal ein paar Menüpunkte, sind später mal wichtig, werde ich später mal drauf eingehen. Hier seht ihr so ein paar Grunddaten, da gucke ich gar nicht so sehr drauf. Klar, wenn es anfängt zu regnen, ist diese Millimeteranzeige noch sehr wichtig. Zum Beispiel auch bei der Entscheidung, ob ihr Intermediates nutzt oder Regenreifen, da gehe ich später nochmal drauf ein. Ansonsten seht ihr den Grip auf der Strecke fürs Qualifying, auf jeden Fall auch sehr wichtig. Dass ihr möglichst zu sehr guten Bedingungen, also wenn der Grip sehr hoch ist, wenn möglich, auf der Strecke erst rausgeht, um einen möglichst guten Grip zu haben, was einfach bedeutet, dass es die Bodenhaftung, ja, also die Bindung sozusagen von Reifen zur Strecke, je höher der Grip, desto besser eigentlich in der Formel 1 und auch für andere Autorennserien, dann könnt ihr möglichst gute und schnelle Runden fahren. So, machen wir weiter mit dem Interface. Ihr seht, links und rechts für eure Fahrer, Fahrer 1 und 2 seht ihr so den eigenen Bereich, ja, links haben wir Fahrer 1, in dem Fall Gasly. Und dann sehen wir eben das, was wir eben vor dem Training schon einstellen konnten, das ist eben das, wie schnell soll der Fahrer fahren. Und es geht hier um den Reifenverschleiß in erster Linie, ja. Das ist das, was wir da auch gesehen haben. Aggressiv bedeutet zum Beispiel auf eine Runde sehr schnell fahren, im Qualifying auf jeden Fall auf Angreifen stellen. Maximale, hier seht ihr die Stoppuhr, Rundenzeit, das heißt, die Rundenzeit wird, ja, verbessert. Der Fahrer soll einfach alles geben. Ich kann euch aber auch schon sagen, das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass man Dreher passiert, Unfälle passieren, etc., ja. Maximale Geschwindigkeit, dafür baut der Reifen aber auch am meisten ab, wenn ihr durchgehend auf Angreifen stellt zum Beispiel. Das hatte ich ja eben schon mal erklärt vor dem Training. Also hier im linken Bereich geht es eher um den Reifen. In der Mitte geht es um den Kraftstoffverbrauch, hatte ich auch schon erklärt. Auf Sparen solltet ihr nur ganz selten stellen, zum Beispiel während einer Safety Car-Phase. Ansonsten würde ich davon die Finger weglassen. Es kostet euch einfach zu viel Zeit. Ansonsten macht es nur Sinn, wenn ihr unbedingt Kraftstoff sparen müsst am Ende des Rennens, weil ihr euch verzockt habt. Ihr habt davor zu lange auf Machtdruck gemacht gestellt, habt zu lange zu viel Kraftstoff verbraucht und habt dann am Ende des Rennens zu wenig. Weil wenn euch der Kraftstoff natürlich ausgeht, bleibt ihr stehen am Ende des Rennens und dann habt ihr Pech gehabt. Dann macht Sparen vielleicht auch nochmal Sinn, aber ihr solltet gar nicht erst in die Situation kommen. Auch hier, wenn ihr Druck macht mal für ein paar Runden im Rennen, kann das Sinn machen, wenn ihr genug Kraftstoff dafür habt. Ihr seht hier immer so ein Delta. Das heißt, für das, was jetzt geplant ist, bei uns sind ja 18 Runden geplant, jetzt draußen zu bleiben im Training, haben wir im Moment noch ein Plus von 1,2 Runden. Also wir haben immer noch so viel Kraftstoff drin, dass wir theoretisch sogar über eine Runde länger draußen bleiben könnten. Das heißt, wir könnten jetzt ein paar Runden mit höchstem Kraftstoffverbrauch fahren, ohne dass das jetzt Probleme bei uns verursacht. Wenn das hier Richtung 0 geht, sollte man vorsichtig sein. Außerdem kann ich schon mal verraten, die Delta-Anzeige ist nicht immer perfekt, gerade im Rennen, sollte man sich nicht zu 100% drauf verlassen. So, was haben wir hier auf der rechten Seite? Jetzt haben wir hier das ERS-System. Ich werde das, denke ich, jetzt erstmal grob beschreiben, vielleicht in einer späteren Folge nochmal ein bisschen intensiver. Das ERS-System ist eine Art Batterie, die im Auto verbaut ist. Das sollte man auf jeden Fall wissen, weil ich finde, man merkt vielleicht schon, alle drei Möglichkeiten geben einem die Möglichkeit, als Manager seinem Fahrer zu sagen, fahr doch bitte schneller auf Kosten von irgendwas, fahr schneller auf Kosten des Reifenverschleißs, fahr schneller auf Kosten des Kraftstoffverbrauchs. Und hier ist es eben so, das hat den stärksten Effekt auf die Rundenzeit, kann ich schon mal verraten, das ERS-System. Und das ERS-System funktioniert folgendermaßen, es ist eine Batterie, die im Auto verbaut ist und beim Anbremsen bei bestimmten Streckenteilen lädt sich diese Batterie auf, durch das Bremsen. Dadurch bekommt es eben diese Energie bis zu 100% logischerweise. Und jetzt gibt es hier mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Energierückgewinnung bedeutet zum Beispiel, wenn ihr ziemlich niedrig seid, vielleicht auf 0%, könnt ihr dem Fahrer jetzt sagen, er soll nur sparen. Das heißt, die Energie, die in dieser Batterie gespeichert wird, soll nur immer weiter aufgeladen werden, bis sie eben auf 100% ist, sagt uns jetzt auch der Renningenieur. So, die folgenden Einstellungen verbrauchen dann auch immer einen Teil. Wenn ihr sagt, stell auf neutral, dann ist es so, dass er versucht, der Fahrer innerhalb einer Runde das gleiche Niveau zu halten. Das heißt, wenn er zum Beispiel bei 94% ist, wenn ihr ihm sagt, stell auf neutral, versucht er in einer Runde wieder 94% zu haben. Das heißt, er verbraucht auf einer Runde das, was er auch aufgeladen hat. Vielleicht sollte ich auch erstmal einmal erklären, was passiert eigentlich, wenn er es einsetzt. Da kommen wir jetzt nämlich zum nächsten Punkt. Wenn wir auf Einsetzen gehen, ihr seht das hier auch immer mit der Stoppuhr, positiver Effekt auf die Rundenzeit, sehr hoch. Jetzt benutzt der Fahrer die Energie, die in dieser Batterie gespeichert ist, um beim Herausbeschleunigen aus allen Kurven nochmal extra PS zu gewinnen, durch diese Energie, um so schneller herauszubeschleunigen und so seine Rundenzeit zu verbessern. Das ist auch sehr wertvoll zum Überholen zum Beispiel, ja. Aber bleiben wir hier erstmal beim Einsetzen. Das nutzt man zum Beispiel dann auch in der einen Volleyfine-Runde. Hier nutzt der Fahrer es eben so, dass er es nur verbraucht. Also er baut keine Energie mehr auf und spart sie an, sondern er setzt auf einer Runde oder auf mehreren Runden, setzt er die Energie so ein, wie es für die Rundenzeit am besten wäre. Bis das Ganze vielleicht nach ein paar Runden auf Null geht, dann muss man wieder auf Energierückgewinnung stellen, damit sich das Ganze wieder aufladen kann. So. Jetzt gibt es noch weitere Optionen zum Beispiel zum Verteidigen. Man möchte seine Position verteidigen. Man hat einen Konkurrenten, der direkt hinter einem fährt und das hat einen negativen Effekt leider oder nun leicht positiven auf die Rundenzeit. Es verbraucht aber, wie man hier sieht, sehr viel Energie, ja. Genauso wie das Einsetzen. Überholen, das gleiche nur andersrum. Man ist direkt hinter einem und möchte ihn gerne überholen. Er nutzt es nicht für maximale Verbesserung der Rundenzeit, sondern er nutzt es so, die Energie, um in Position zu kommen, um seinen Konkurrenten, der vor ihm fährt, einfach an bestimmten Stellen auf der Strecke gut überholen zu können. Das verbraucht auch nur Energie und lädt keine wirklich auf, ja. So, ich stelle das Ganze mal auf neutral. Ich habe das jetzt eigentlich schon recht intensiv alles mal erklärt. Das DRS-System werde ich gleich nochmal erklären. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal das DRS-System. Wie gesagt, beim anderen Fahrer gibt es genau die gleichen Punkte natürlich. So, jetzt haben wir bei Gasly hier schon mal 5 von 5 stehen. Das ist die nächste wichtige Ansicht, ne. Hier haben wir die Streckeneingewöhnung. Wir haben bis jetzt 16% Streckeneingewöhnung. Wie gesagt, wir wollen nach Training 3, wir sind im Moment in Training 1, 100% erreichen. Hier haben wir 12% eben Autoteilekenntnis bis jetzt schon gewonnen. Wir wollen auch 100% erreichen. Und hier, das ist das Feedback zu dem Fahrer-Setup. Und hier wollen wir jetzt, wo 5 von 5 erreicht ist, sagen, okay, Fahrer, dann kommen wir jetzt rein, damit wir das Setup einstellen können. Er hat uns ja im Feedback gesagt, ne, wer darauf geachtet hat, dass es eher schlecht ist, nicht ganz so gut ist. Jetzt gehen wir hier auf den Schraubenschlüssel und werden ihn in die Box holen, ne, bevor die 18 Runden vorbei sind. So, ne, bei Albon müssen wir noch kurz warten. Hier haben wir erst das Feedback von 4 von 5. So, jetzt haben wir 5 von 5. Ingenieur sagt uns, okay, spricht mit dem Fahrer und sagt, das Setup ist schon mal gut, ne. Auch hier holen wir jetzt den Fahrer rein und werden das Ganze neu einstellen. Ja, und die Kunst in den Trainings ist es wirklich nur zu lernen, wie man das Fahrer-Setup, also das Auto-Setup für den jeweiligen Fahrer einstellt bei jeder Rennstrecke. Ähm, Rennstrecken-Eingewöhnung kommt eigentlich automatisch, genauso Autoteile-Sachen, ähm, und ja. Jetzt, wo unser Fahrer in der Box ist, gehen wir hier auf Neu konfigurieren und landen jetzt wieder in unserem Menü. Zuerst, ähm, packe ich jetzt neue Reifen drauf. Ich nehme jetzt für den zweiten Stint im Training nämlich mittlere Reifen ganz gerne. Äh, Laufplan mache ich dann auf 25 Runden. Er soll einfach durchfahren, um möglichst viel Strecken-Eingewöhnung zu bekommen beim zweiten Mal. Und, äh, mehr stelle ich eigentlich in dem Bereich nicht. Jetzt gehen wir auf Auto-Setup und ihr seht, ähm, er hatte uns das ja auch, oder seinem Renningenieur auch gesagt, er findet, alles ist schlecht. Das heißt, einfach nur übersetzt, ähm, wir sind an der falschen Position. Ihr seht jetzt diesen türkisen Bereich hier immer, ne, von hier nach da. Theoretisch geht der Bereich ja von da nach da bei der Geraden oder bei allen anderen Sachen auch. Aber nur der türkise Bereich ist immer da, der, der wirklich wichtig für uns ist. Und mit immer mehr, äh, Strecken-Erfahrung, ähm, ist es auch so in den Training-Sessions, das werdet ihr sehen, dass dieser türkise Bereich immer kleiner wird. Und dementsprechend wird es für uns auch immer einfacher, den richtigen Punkt zu treffen, wo das Setup dann perfekt ist, also optimal ist. Ihr seht hier auch immer eine kleine, ähm, ja, Erklärung, ne, Legende, äh, optimale Setup-Reichweite, ähm, seht ihr das eben, ähm, dieser weiße Strich, ähm, dieser weiße Strich, ähm, der weiße Strich mit diesen Pfeilen, ähm, ne, bedeutet immer das Aktuelle, was wir eben gerade verschieben auch, ne, das ist das, was wir verschieben. Ähm, das ohne, das sieht man jetzt gerade noch nicht, ist das vorherige Setup, was wir hatten. Wir hatten ja noch kein richtiges vorheriges. Und das Grüne ist auch nicht so unwichtig, das ist immer das, was bis jetzt am besten war, ja. Dass man das auch kurz versteht. Und ich gehe eigentlich immer von der Reihenfolge so vor, ich fange immer mit dem Heckflügel an, den einzustellen. Und, ähm, wenn hier alles schlecht war, dann ist es wahrscheinlicher, dass, ähm, das optimale Setup für die Geraden auf der linken Seite liegt, als auf der rechten Seite. Weil schlecht bedeutet, dass es von diesem Punkt aus, was wir vorher eingestellt hatten, natürlich eine große Distanz geben muss bis zum optimalen Setup. Ja, da stellen wir einfach mal so ein Heckflügel, also wollen wir nach links haben. Und recht weit auch, ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier besser ist, ist sehr groß, als dass es zum Beispiel auf der rechten Seite besser ist. So, das nächste ist Frontflügel. Damit steuern wir in erster Linie das Übersteuern da oben. Oder da hat es den größten Einfluss drauf. Ja, da haben wir auch schlecht, ähm, als Bewertung für das aktuelle Setup. Und hier gehe ich jetzt viel weiter nach rechts, weil ich eben vermute, ähm, dass das gute Setup dann beim Übersteuern auch viel weiter auf der rechten Seite sein wird. Ihr seht aber auch, die anderen Sachen bewegen sich zum Teil, ne. Auch das auf den Geraden, darum passe ich den Heckflügel wieder ein bisschen an, dass es vielleicht nicht ganz so weit nach links geht. So, als nächstes dann, ähm, Stabilisator-Verteilung, was ich anpasse. Das bewegt hauptsächlich die Traktion. Hier haben wir auch ein schlecht, ähm, bei dem grünen. Das heißt, wir müssen jetzt uns entscheiden, da wir ja fast mittig sind. Das ist ein 50-50-Spiel, kann ich jetzt auch nicht sicher sagen. Entweder links ist der richtige Bereich oder rechts. Jetzt, ich versuche es mal eher mit links. Ja, das sehe ich auch, dass das Übersteuern wieder rausgefallen ist. Darum werde ich den Frontflügel wieder ein bisschen anpassen nach links. Ähm, Hauptsache, ich bin bei der Traktion recht weit links. Das werde ich testen. Sollte das nicht stimmen, weiß ich beim nächsten Mal, okay, dann muss der bessere Bereich auf der rechten Seite vom grünen sein, ja. Das nächste, was wir dann machen, ist Radsturz. Das ist dann meistens so die Nachbesserung von vielen Bereichen, die da bewegt werden. Ähm, Bremsstabilität und Kurvengeschwindigkeit aber am meisten. Und da können wir schon mal gucken. Ähm, was mir hier jetzt schon gefällt, hier haben wir ja auch schlecht bei Bremsstabilität. Und wir sind sehr weit links, was mir gefällt vom grünen. Und bei Kurvengeschwindigkeit sind wir sehr weit rechts, ähm, vom grünen, was mir eigentlich auch gefällt. Ähm, ich kann nochmal gucken, vielleicht nochmal ein bisschen Nachspur, dass in erster Linie die Brems... Ne, machen wir nochmal einen Radsturz. Dass wir die Kurvengeschwindigkeit noch ein bisschen weiter links wieder kriegen. Und dann Nachspur, um die Bremsstabilität ein bisschen nach links zu gehen. Das ist ein bisschen Gambeln, ne, das ist ein bisschen Raten, mehr ist das nicht. Man hat eben nur ein paar Anzeichen, eben aufgrund der Bewertung. Und dass man eben weiß, okay, bei schlecht muss der Unterschied groß sein. Ne, wenn da zum Beispiel gut stehen würde, was wir gleich beim anderen Fahrer sehen, ist der Unterschied viel kleiner. Und dann versuchen wir einfach nur zu erraten, wo ist der richtige Punkt. Und wir haben bis zum Ende des dritten Trainings, haben wir mehrere Versuche, das richtige Setup zu finden. Ich bin jetzt erstmal zufrieden, wobei bei der Traktion möchte ich nochmal ein bisschen nachjustieren, nach links. Jetzt bin ich zufrieden, so will ich den Fahrer jetzt erstmal rausschicken. Ich drücke hier unten rechts auf Bestätigen. Und, ne, jetzt muss das Ganze konfiguriert werden. Also die ganzen Ingenieure machen die ganzen neuen Einstellungen. Das dauert eine Zeit. Ähm, Betankung muss wieder gemacht werden. Und auch die neuen Reifen müssen, ähm, angelegt werden, sag ich mal, an den Wagen. Und dann können wir den Fahrer erst wieder rausschicken. Und dann wollen wir, dass er uns am Ende des Trainings nochmal Feedback gibt. So, das gleiche machen wir jetzt mit Albon. Einfach ein bisschen schneller. Ich nehme jetzt hier auch die weichen, äh, die mittleren Reifen. Laufplan auch auf 25 Runden einfach stellen. Und dann auf das Setup. Hier sehen wir jetzt mal unterschiedliche Werte. Wir sehen bei Geraden, wie gesagt, das mache ich immer als erstes mit dem Heckflügel. Ein Schlecht. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es nach rechts ausschlägt. Das heißt, ähm, ich packe den Weißen jetzt nach rechts. Und hoffe, dass hier der richtige Bereich ist. Dann kläre ich das Übersteuern mit dem Frontflügel. Hier haben wir ein Gut bekommen. Das kann gut sein, dass das der Abstand ist für Gut. Also hier ist Gut, wo Grün ist. Also ist hier möglicherweise optimal. Könnte aber auch auf der linken Seite sein. Ist jetzt ein Ratespiel, ist es eher rechts oder auf der linken Seite. Ich werde es jetzt erstmal so testen. Dann, das nächste ist Stabilisatorverteilung für die Traktion. Hier haben wir auch ein Gut. Das heißt, der Abstand von Grün zu dann optimal ist auch nicht so groß. Das heißt, hier müssen wir auch wieder raten. Ist es eher links von Grün oder rechts von Grün? Kann ich nicht sicher sagen. Ich teste es, glaube ich, hier auch mit links von Grün. Erstmal aus. Werd das gleich nochmal ein bisschen anpassen. Vielleicht jetzt schon mal mit dem Frontflügel. Ne, mit dem Eckflügel. So vielleicht. Und dann nochmal ein Frontflügel oben. So ein bisschen nachjustieren. Werden wir einfach mal testen. So, das nächste, was wir uns anschauen. Bremsstabilität und Kurvengeschwindigkeit. Bei Bremsstabilität ist es auch ein gewisser Abstand zwischen Gut und Optimal. Da bleibe ich auf der linken Seite und hoffe, das passt. Bei Kurvengeschwindigkeit haben wir jetzt schon Großartig, da wo Grün ist. Und Großartig zur Steigerung. Die höchste Steigerung ist dann nochmal optimal. Das ist eben eine Steigerung vor Großartig. Denn es gibt Schlecht. Dann kommt Gut. Dann kommt Großartig. Und dann kommt Optimal. Optimal ist das Beste. Der Abstand ist nur noch klein. Nach rechts ist unwahrscheinlich. Also muss in der Kurvengeschwindigkeit, müssen wir nach links gehen. Ja. Und das hier könnte optimal sein oder ein weniger. Das müssen wir mal schauen. So, jetzt haben sich die anderen Sachen wieder ein bisschen verschoben. Also kontrolliere ich das Ganze nochmal. Bei Geraden bin ich zufrieden mit dem großen Abstand. Bei Schlecht. Bei Traktion bin ich, sind wir ein bisschen vielleicht zu weit weg. Aber wir testen es trotzdem so. Übersteuern ist in Ordnung. Bremsstabilität will ich nochmal ein bisschen nachjustieren. Vielleicht so. Hier könnte optimal sein. Oder auf der anderen Seite müssen wir sehen. Werden wir dann beim nächsten Feedback sehen. Und ja. Ich bin zufrieden. Ich stelle auf Bestätigen. Auch hier muss das Ganze jetzt erstmal wieder konfiguriert werden. Ich stelle auf 16-fache Geschwindigkeit, damit es schneller geht. Und dann schicken wir unsere Fahrer wieder auf die Strecke. Ja und ich kann euch schon mal verraten. Wenn ihr damit Übungen habt, werdet ihr für alle drei Training Sessions insgesamt ungefähr 35 bis 45 Minuten brauchen. Und das werde ich später auch nochmal zeigen. Dementsprechend müsst ihr euch, müsst ihr selber abwägen. Und man kann das Ganze auch simulieren. Dann sind die Training Sessions sofort vorbei. Aber ihr werdet immer nur ein mittelmäßiges Fahrersetup bekommen. Das heißt, ihr kriegt nicht alle Atributspunkte. Und habt eben kein gutes Fahrersetup. Das ist eben der Tausch. Und ich kann euch schon mal verraten. In der Williams, in der ersten Saison von Williams, da wir eben eh nicht um Punkte oder so mitfahren. Wahrscheinlich nur gegen Aston Martin fahren werden. Ähm, werde ich bei jedem oder bei vielen Rennwochenenden lieber diese 30, 35, 40 Minuten für die Training Sessions einsparen, indem ich sie eben simuliere. Weil ich so viel schneller durch die erste Saison komme. Weil diesen Leistungsunterschied, ähm, oder diese Attribute, die ich bekomme für meine Fahrer, eh irrelevant sind. Weil sie, ähm, eh nicht viel weiter kommen würden. Also sie würden ja deswegen nicht in die Punkte fahren. Wenn ihr ein anderes Team fahrt, wo ihr wirklich schon, ne, richtige Konkurrenten habt, ähm, gegen andere Teams fahrt regelmäßig, würde ich euch schon empfehlen. So machen wir das auch in der zweiten Saison in diesem Let's Play. Das Training mitzunehmen. Ich kann's ja für euch, wenn's langweilig ist, ne, meistens werde ich's wahrscheinlich rausschneiden. Wenn ich das jetzt oft genug gezeigt habe. Also ihr werdet es dann wahrscheinlich auch gar nicht oft sehen. Aber ein paar Mal werde ich's euch zeigen, damit ihr auch versteht, wie ich das mache. Ähm, falls ihr das, äh, sehen wollt. Aber irgendwann werde ich's dann rausschneiden. Ähm, aber um eben auch für mich Zeit einzusparen, wenn ich in der ersten Saison, wahrscheinlich ab dem vierten, fünften Rennen oder so, werde ich sehr oft auch die Training-Sessions simulieren. Weil sich das einfach nicht lohnt, ne, da 30 Minuten rein zu investieren für das, was ich am Ende bekomme im Rennen. Nämlich vielleicht krieg ich eine bessere Position, wenn überhaupt dafür, ja. Und ob ich am Ende, weiß ich nicht, 18. oder 17. werde oder 15. ist mir ehrlich gesagt egal. Das ist eben der spezielle Fall jetzt bei Williams, weil wir so ein schlechtes Auto haben. Und alles auf die zweite Saison setzen und auf die erste Saison ja kaum auch was entwickeln werden. Von daher werde ich das so machen. Aber das ist auch die Frage, die ihr euch stellen müsst. Wollt ihr, ähm, wollt ihr ja eher schnell, ähm, zum Rennen kommen, zum Qualifying und zum Rennen kommen? Oder, äh, wollt ihr eben optimal spielen? Ähm, das bringt halt schon was, ne? Diese Attributspunkte, ähm, muss man selber entscheiden. Will ich die drei Training-Sessions immer mitnehmen? Das kostet mit 30 bis 40 Minuten. Oder simuliere ich sie und hab ein schlechteres, ähm, ja, Setup bei meinen Fahrern. Weil das schwankt dann leider immer. Ne, ich hatte schon, beim Simulieren hatte ich schon Fahrer-Setups von 40%, was sehr schlecht ist, sag ich mal. Oder mittelmäßig ist. Ähm, und ich hatte auch schon mal 70%, ne? Also ihr könnt irgendwie sowas in dem Bereich erwarten, wenn ihr simuliert zwischen 40 und 70% Fahrer-Setup. Wenn ihr es selber macht und gut beherrscht, habt ihr immer 90% plus. So, ich hab jetzt mal auf maximale Geschwindigkeit gestellt. Gehen wir mal zum nächsten Setup, bevor ich dann später auch nochmal auf andere Punkte hier eingehe, was man noch so machen kann. Aber ich will jetzt auch nicht für Einsteiger eben zu viel auf einmal zeigen. Ich denke, das reicht dann auch erstmal, ähm, Gasly hat ja auch gleich seine, ne, jetzt hat er wieder Feedback. Jetzt sagt er schon, ist großartig, das ist schon mal super. Das heißt, wir holen ihn jetzt aber nicht rein, weil wir können schon mal gucken, ne? In 10 Minuten könnten wir das gar nicht nochmal neu konfigurieren. Ihr habt gesehen, wie lange das Konfigurieren, das Neueinstellen des Autos braucht. Ähm, wir könnten gar nicht nochmal rausfahren. Das heißt, jetzt für die Streckeneingewöhnung, die hier steht, 30% haben wir aktuell. Bleiben wir jetzt noch die restliche Zeit draußen, um diese noch weiter nach oben zu bekommen. Ne, das heißt aber auch im Umkehrschluss, so könnt ihr euch das vorstellen, ihr habt immer zwei Möglichkeiten pro Trainingssession euer Setup einzustellen. Immer einmal am Anfang und einmal so nach ungefähr 18 Runden. Dann holt ihr euer, äh, euer, euer Fahrer wieder rein, stellt das Setup nochmal neu ein und dann fahrt ihr einfach durch. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um möglichst viele Versuche zu haben, euer, ja, Auto-Setup so perfekt wie möglich hinzubekommen. So, darum gehe ich weiter auf 16% und, äh, wir beenden die Session jetzt einfach. Bei Albon werden wir auch gleich das Feedback bekommen, wie das Ganze eingestellt ist. Werden wir uns mal anschauen. Und dann ist Training 1 auch schon gleich vorbei. Wir haben insgesamt jetzt ein Gut bekommen von ihm. Und gehen weiter auf 16%, äh, 16-fache Geschwindigkeit, dass wir hier möglichst schnell durch das Training kommen. Und dann werde ich auch, äh, im zweiten Training mal zeigen, wie unterschiedlich die Schreckeneingewöhnung hochgeht. Ähm, indem wir eben einen Fahrer, das machen wir mit Albon, gleich, gleich komplett durchfahren lassen. Wir stellen ihnen nur das Fahrersetup einmal am Anfang ein und lassen ihnen dann die komplette Session auf dem harten Reifen durchfahren. Während wir Gasly einmal reinholen, ähm, so wie wir es jetzt im ersten Training gemacht haben. So, Session ist vorbei. Es geht überhaupt nicht um Rundenzeiten. Wenn ihr da gute Runden habt, ist schön, aber juckt keinen. Ist komplett irrelevant, was ihr für Rundenzeiten fahrt. Könnt ihr euch natürlich hier dann alles anschauen, was ihr da, ähm, ja, gemacht habt. Datenansicht nochmal ein bisschen genauer. Gehe ich jetzt auch noch nicht zu sehr drauf ein. Ihr seht, ähm, ja, ne, die Runden, ihr könnt es vergleichen mit Konkurrenten. Äh, gibt ihr viele Möglichkeiten. Der Streckenzustand, wie der war, wie viel Grip war auf der Strecke, zu welchem Zeitpunkt, Reifennutzung, ne, was sind so eure Konkurrenten gefahren. Im Training ist das einfach alles nicht so relevant. Im Rennen schon eher, um, um sich die Strategien natürlich vor Augen zu führen. Ähm, Events nur ganz kurz überfliegen, ne, was ist so passiert an außergewöhnlichen Sachen, gelben Flaggen und so. Sponsoren, da sind einfach nur eure Ziele, wie immer. Und Bericht kennt ihr ja schon. Ist jetzt nicht so wild im Training. So, jetzt haben wir eben das Ganze und ihr seht schon, Leistungsbonus, jetzt haben wir schon 10 von 15 Punkte bekommen. Durch 44% Streckeneingewöhnung, durch 28% Autoteilekenntnis und 82% Setupvertrauen. Und hier seht ihr auch die Daten dazu. Wir gehen weiter zum nächsten Training. Hier haben wir gleich auch wieder die Möglichkeit, wenn wir wollen, das zu simulieren oder eben, ähm, zu bestreiten. Hier ist es jetzt eben so, wir sehen nochmal die Daten. Äh, wir können uns vorbereiten. Wie gesagt, mit, äh, Gasly werde ich wieder das gleiche machen. Ich werde einmal rot fahren, denke ich, und dann, ja, wahrscheinlich einmal gelb oder weiß. Im zweiten längeren Stint wieder 18 Runden etwa. Und ganz normale Fahreroptionen. Nichts spezielles Setup. Schauen wir uns jetzt an. Ihr seht, ne, die Türkise, der Türkise-Bereich ist enger geworden. Das heißt, da wo der korrekte Punkt ist für ein optimales Setup, wird immer kleiner. Das heißt, es wird für euch auch immer einfacher, diesen Punkt zu finden. So, wir fangen wieder mit den Geraden an. Die werden wir, ähm, oder das werden wir in erster Linie immer mit dem Heckflügel verstellen. Ja, wir hatten schon gut. Das heißt, hier könnte auch ein optimal sein. Vielleicht gehen wir nochmal einen weiter und testen das so aus. Bei allen anderen Optionen hatten wir schon großartig. Das heißt, der grüne ist sozusagen, stellt das Beste dar, was wir bis jetzt hatten. Das waren diese 82%, die wir hier auch nochmal sehen. Ihr könnt übrigens jederzeit auch euer Setup zurücksetzen auf das beste Setup, was ihr jemals hattet. Und das waren bei uns in dem Fall 82%. Gehe ich später nochmal drauf ein. Das heißt, großartig bedeutet für uns, es muss sehr nah am grünen sein. Ja, entweder nach links oder nach rechts davon. In dem Fall tippe ich mal darauf eher links davon. Bei Bremsstabilität wird es wahrscheinlich eher rechts davon sein. Bei der Kurvengeschwindigkeit eher links davon, weil eben rechts kein türkiser Bereich mehr ist. Bei der Traktion wird es auch rechts davon sein. Fangen wir mit dem Frontflügel an für das Übersteuern. Versuchen wir das Ganze so einzustellen. Vielleicht so. Hier könnte optimal sein. Jetzt sind wir auch bei den Geraden wieder ein bisschen rausgeflogen. Ich schiebe das wieder ein bisschen vielleicht zurück. Vielleicht so. Und dann gehe ich wieder mit dem Frontflügel da ein bisschen näher ran. Versuchen wir es mal auf diese Art und Weise für die zwei Sachen. So, Traktion. Jetzt sind wir nah dran. Wir müssen nach rechts allerdings, also den Stabilisatorverteilung, verschieben. Genau, in etwa so. Könnten wir dann gleich nochmal ein bisschen anpassen. Jetzt Radsturz anpassen, um eben auch Bremsstabilität und Kurvengeschwindigkeit und auch ein bisschen Traktion noch anzupassen. Ich gehe bei Traktion nochmal ein bisschen weiter nach links. Kurvengeschwindigkeit. Bremsstabilität sieht gut aus, aber Kurvengeschwindigkeit gefällt mir überhaupt nicht. Gehen wir weiter ran. Vielleicht so. Traktion passt immer noch. Gerade, da sich alles immer ein bisschen verstellt. Oder oft müsst ihr eben immer einen Blick auf alles letztendlich wieder haben und kontrollieren. Das ist leider so. Aber hier, großartig. Wir sind nah dran am grünen. Gefällt mir. Geraden gefällt mir auch. Traktion gefällt mir auch. Wir sind rechts davon im türkisen Bereich. Kurvengeschwindigkeit gefällt mir auch. Nur Bremsstabilität ist noch nicht wirklich gut. Das werde ich mit der Nachspur nochmal anpassen. Nach rechts. Vielleicht in etwa so. Oder vielleicht nochmal den Radsturz ein bisschen so anpassen nach rechts. Genau. Und jetzt vielleicht nochmal die Nachspur nach rechts. Und dann gefällt mir das Ganze doch ganz gut, um das so nochmal auszuprobieren. Das gleiche machen wir auch bei Albon. Genau. Hier werden wir, wie gesagt, jetzt durchfahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir schaffen. Ich setze mal jetzt auf 40 Runden. Dementsprechend wird auch getankt natürlich. Reifenmischung. Wir nehmen den harten Reifen. Fahren damit einfach die 40 Runden durch. Runden gehen hier auch auf Setup. Haben hier 72. Ihr seht wieder die Anpassung. Geraden sind gut. Damit fange ich auch wieder an. Heckflügel. Jetzt muss ich raten, geht es nach rechts oder links davon. Das ist nicht so einfach. Das ist immer eine 50-50 Entscheidung in so einem Fall, finde ich. Ich versuche es mal auf der rechten Seite. Dann übersteuern. War schon auf großartig. Kann in dem Bereich bleiben. Könnte da optimal sein oder links davon. Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Jetzt seht ihr, optimal ist das Beste, was ihr bekommen könnt. Das heißt, da wo grün ist, war es optimal. Und da wollen wir jetzt auch wieder hin mit dem Weißen. Das ist ganz wichtig. Gucken wir erstmal auf die Traktion. Da sind wir nämlich noch bei schlecht. Das heißt, wir brauchen großen Ausschlag. Wir gehen auf die Stabilisatorverteilung dafür. Gehen möglichst weit nach rechts. Weil höchstwahrscheinlich hier irgendwo der optimale Bereich ist. Geraden gefällt mir immer noch mit dem Ausschlag. Übersteuern könnten wir vielleicht noch ein bisschen anpassen. Ich gucke aber erstmal, dass wir Bremsstabilität und Kurvengeschwindigkeit wieder näher zum optimalen bekommen. Also zum grünen. Gehen wir vielleicht so vor, dass wir das über... Genau. Jetzt habe ich hier Kurvengeschwindigkeit wieder übereinander gepackt. Ist also im optimalen Bereich. Und mit der Nachspur werde ich jetzt noch die Bremsstabilität anpassen. Dass ich auch wieder auf das Grüne komme. Weil da will ich ja nicht von weg. Optimal ist optimal. Besser geht es nicht. Darum soll sich das decken. Großartig. Ist ein kleiner Unterschied zwischen grünen Balken und da, wo ihr hinwollt letztendlich, um optimal zu bekommen. Schlecht ist ein sehr großer Unterschied. Und gut ist ein großer Unterschied. Und dann würde ich sagen, testen wir das Ganze einfach mal auf diese Art und Weise bei Albon. Reifen hatte ich hier eingestellt. 40 Runden bei ihm. Schaut jetzt mal auf den Unterschied. Beide haben jetzt eine Streckeneingewöhnung von 44%. Das wird jetzt am Ende vom Training 2 ein bisschen anders aussehen. Weil eben Albon 40 Runden am Stück fährt. Und Gastlich fährt nur ungefähr 2x20 Runden. Das macht einen Unterschied bei der Streckeneingewöhnung. So. Hier könnt ihr jetzt theoretisch auch simulieren. Wir wollen das Training allerdings verwalten. Also schauen wir uns Training 2 an. Auch hier wieder. Wir haben alles eingestellt. Wir schicken unsere Fahrer sofort los. Wie gesagt, in den Training Sessions kommt es nur darauf an, möglichst viel Zeit auf der Strecke zu verbringen. Für die Streckeneingewöhnung, Autoteilkenntnis nach oben und eben für die Fahrersetups. Mehr wollen wir hier eigentlich nicht machen. Ich gehe auch gleich wieder auf 16-fache Geschwindigkeit, damit wir möglichst schnell durchkommen. Und ja, jetzt gibt es eine Möglichkeit. Entweder ich schneide euch das ein bisschen zurecht, sodass wir da zu dem Fahrersetup hin springen. Weil so spannend ist das nicht. Oder ich nehme euch einfach durch das erste Training. Training 1, 2 und 3 mal komplett mit in Echtzeit. Können wir eigentlich machen. Gehen wir ruhig mal auf ein paar andere Sachen noch ein. Was haben wir noch für Optionen? Das ist das Wichtigste hier oben links. Hatte ich schon gesagt, ihr kontrolliert hier das ERS-System, Kraftstoff und eure Reifen, wenn ihr so wollt. Wenn ihr mehr Geschwindigkeit haben wollt, müsst ihr es immer auf Kosten machen. Von Kraftstoffverbrauch oder Reifenverschleiß oder eben eure Batterie. So gesehen leeren. Das kann man eben taktisch sehr gut nutzen. Gehen wir mal auf die zweite Option. Hier seht ihr den Zustand des Autos. Das macht immer Sinn. Auf eure Reifen mal ab und zu zu gucken, welchen Zustand sie haben. Aber vor allem macht es Sinn, wenn ihr vielleicht einen kleinen Unfall hattet, Frontflügel vielleicht beschädigt ist. Könnt ihr das hier sehen. Ihr könnt auf ihre Dynamik mal draufklicken. Seht ihr den Zustand. Hier wäre jetzt irgendwas vielleicht rot dargestellt oder gelb oder orange, wenn etwas vielleicht beschädigt wird, weil irgendein Fahrer in euren Fahrer reingefahren ist, in euer Auto. Oder ähnliches. Auf die Temperaturen achte ich gar nicht so sehr. Die bestimmen natürlich, wie heiß euer Reifen wird und dementsprechend auch den Verschleiß von eurem Reifen. Aber da achte ich gar nicht so oft drauf, bin ich ganz ehrlich. Ihr habt ja noch andere Möglichkeiten. Ihr seht auch in den Trainingssessions. Motor, ERS und Getriebe nutzen sich ab. Da kann es später also Sinn machen, auch mal einen alten Motor einzusetzen. Nur für die Trainingssession. Um dann im Qualifying und im Rennen einen neuen Motor zu benutzen. Als Beispiel genauso natürlich bei den anderen Aggregaten. Was haben wir hier noch? Genau hier seht ihr eben auch. Ist ein Schaden beim Frontflügel oder so. Außerdem habt ihr hier die Option, zum Beispiel Reifen zu schonen, indem ihr dem Fahrer sagt, Reifen ist ziemlich low. Ihr wollt aber noch draußen bleiben, nicht in die Box. Vermeidet den Randstein die nächsten zwei Runden. Dann ist der Fahrer natürlich nochmal auf den Runden sehr viel langsamer. Aber es ist unwahrscheinlicher oder der Reifen baut nicht so schnell ab. Genauso in sauberer Luft fahren. Das hat dann auch was mit der Kühlung zu tun, von Motor und Bremsen. Was aber kein wirklich entscheidender Faktor aktuell in dem Spiel ist, kann ich euch schon mal verraten. So, Gasly hat Feedback gegeben. Wir holen Gasly jetzt schon mal rein. Und wir haben auch Feedback bekommen von Albon. Aber Albon, wie gesagt, lassen wir jetzt auf den harten Reifen hier draußen. Und da fährt er einfach durch und gut ist. Geben wir auch die anderen Sachen noch ein. Wobei, ich hatte jetzt ja hier alles gezeigt. Genau, hier könnt ihr eben die Sachen durchschalten. Räder, Antriebsstrang und Aerodynamik benutze ich gar nicht so oft diese Ansichten. Hier, wie gesagt, immer für Boxenstopp. Das ist dann natürlich vor allem fürs Rennen auch sehr wichtig. Hier sind auch die Boxenstopp-Strategien. Hier habt ihr nur ein paar Grunddaten immer zur aktuellen Runde. Erster Sektor, zweiter Sektor, dritter Sektor. Wenn es gelb hinterlegt ist, keine persönliche Bestzeit. Wenn es grün hinterlegt ist, persönliche Bestzeit. Wenn es pink hinterlegt ist, ihr kennt es aus der Formel 1, ist es die, ja, insgesamt die Bestzeit. Also im ganzen Fahrerfeld die absolute Bestzeit, sagt man dazu. Ihr könnt beim Fahrer noch ein paar Optionen. Kann ich einmal kurz durchgehen, können wir auch im Rennen später uns dann nochmal genauer anschauen. Zum Beispiel nicht gegen Teamkollegen kämpfen. Also ihr lasst den Teamkollegen zum Beispiel vor, wenn er gerade hinter euch fährt. Oder wenn er vor euch fährt, werdet ihr ihn nicht angreifen. Der hinterliegende Autos aufhalten, ja, sprich der für sich. Versuch die einfach ein bisschen einzubremsen, die hinter dir fahren. Um zum Beispiel deinen Teamkollegen rankommen zu lassen, könnte man das taktisch nutzen. Wir haben hier noch in der Mitte eben die aktuellen Rundezeiten. Einfach nochmal ein bisschen mehr aufgeschlüsselt. Ich nutze eigentlich diese Ansicht auch sehr selten. Ihr seht nochmal ein paar extra Informationen. Gerade im Rennen kann das mal wichtig sein. Wie sind die Rundenzeiten im Vergleich zum Konkurrenten, der vor euch fährt oder hinter euch fährt. Der erste System, ich glaube die Telemetrie hier habe ich noch gar nicht benutzt. Ehrlich gesagt, diese Ansicht finde ich nicht so wichtig. Mein Gott. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Gucken wir uns jetzt erstmal das Setup an von Gasly. Er hat uns wieder Feedback gegeben. Ich schicke ihn jetzt als nächstes wieder mit den gelben Reifen raus. Wieder für ca. 25 Runden. Bis zum Ende der Session bitte. Auto Setup. Ihr seht, das hat sich wieder verändert. Wir sind jetzt bei 95%. Das ist jetzt schon zwischen 90 und 100%. Das, was wir immer Minimum erreichen wollen. Was auch nicht so schwer ist. Bei großartig sind wir eben dicht dran. Bei optimal sind wir eben schon gut drauf. Fangen wir mit den Geraden wieder an. Mit dem Heckflügel. Wir müssen es nur noch leicht verschieben. Leider gibt es hier immer eine Riesenverschiebung. Ich tippe drauf, dass es rechts davon ist. Beim Frontflügel, also beim Übersteuern ist es ja ähnlich. Da ist es entweder rechts oder links. Davon weiß ich leider nicht. Bleiben wir erstmal dabei. Traktion war schon optimal. Wollen wir also wieder in den optimalen Bereich bekommen. Ist nicht so einfach. Ich wette jetzt, um die Geraden nochmal näher ran zu bekommen. Der Abstand ist nämlich viel zu groß. Wieder den Frontflügel betätigen. Und das Ganze ein bisschen näher ran bekommen, wenn möglich. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich muss jetzt hier selber ein bisschen hin und her. Oder ein bisschen rumspielen. So, den Heckflügel jetzt erst wieder da. Dass es da näher ist. So, jetzt den Frontflügel ein bisschen verschieben. Nach rechts oder nach links ist die Frage. Vielleicht eher nach links. Ja, tippen wir drauf, dass es links davon ist. Dann haben wir bei den Geraden allerdings noch vielleicht ein bisschen mehr. Dass es so ein bisschen besser noch sich abhebt. Unten bei den Geraden gucke ich eben, dass ich da in den Bereich komme. Vielleicht doch so, dass das möglicherweise hier bei den Geraden optimal sein könnte. Links davon. Dann bleiben wir beim Übersteuern doch rechts davon. Hoffen, dass das so passt. Bei Traktion versuchen wir wieder auf das Gleiche zu kommen. Auf den grünen Zweig da. Um eben optimal zu haben. Das heißt, einmal so rum. Und dann werden wir mit dem Radsturz wieder mehrere gleichzeitig verschieben. Traktion ist jetzt wieder überlappend. Also im optimalen Bereich. Genauso Kurvengeschwindigkeit. Gucken wir uns die andere Sachen nochmal an. Geraden ist etwas versetzt. Von der könnte das optimal sein. Hoffen wir einfach mal. Genauso Übersteuern. Genauso Bremsstabilität. Wobei die möchte ich nochmal ein bisschen weiter nach rechts setzen. So, habe ich jetzt. Mit der Nachspur. Und hoffen wir mal, dass wir uns so vielleicht nochmal ein bisschen verbessern. Von 95% auf ein bisschen mehr oder sogar 100%. Bestätigen. Das Ganze konfiguriert. Bei 16-facher Geschwindigkeit. Und dann schicken wir Gastel gleich wieder raus. Und dann gehe ich gleich nochmal auf ein paar andere. Sehr wichtige auch fürs Rennen. Wichtige, ja, Elemente in dem Interface nochmal ein. So, Gastel sofort wieder rausschicken. Gehen wir auf doppelte Geschwindigkeit eine Zeit lang. Gucken wir uns mal bei Albon hier einmal an. Wenn ihr jetzt draufklickt, ihr seid wieder in dem Menü mit dem Reifen. Dann gibt es hier auch die Möglichkeit mit diesem Infopunkt oder was das hier ist. Gibt es eben die Möglichkeit, euch diese Sache anzeigen zu lassen. Und hier seht ihr eben, je nachdem wo ihr dann drüber geht, seht ihr eben nochmal ein paar andere Informationen. Ähm, so extra Informationen, ja, könnt ihr euch anschauen. Wenn ihr einmal wisst, was das Ganze bedeutet mit den Pfeilen, ist das eigentlich auch nicht so komplex. Ähm, hier seht ihr später auch nochmal sehr gut den Reifenverschleiß, was sehr wichtig ist fürs Rennen vor allem. Und, ja, ne, seht ihr auch die Tests. Ähm, wir haben jetzt bei Albon eingestellt, dass er durchgehend draußen bleiben soll. Das ist die blaue Linie. Ähm, wenn wir mal gucken bei Gasly, sieht das Ganze ein bisschen anders aus, ne. Diese Unterbrechung ist die Zeit, die er in der Box verbracht hat zum Beispiel. Dann sehen wir eben bei, bei grün eben, wie sich die Autoteilekenntnis verändert. Ähm, und bei der orangenen Linie, wie eben sich die, ähm, Streckenangewöhnung verändert. Ihr seht, ähm, kurz vorm Boxenstopp gab es so eine, so einen gewissen Anstieg. Das seht ihr, ne. Weil nochmal, je mehr Runden ihr am Stück draußen bleibt, desto schneller geht die Streckeneingewöhnung nach oben. Und, ähm, da sehen wir jetzt eben auch bei Albon den krassen Unterschied. Da er nicht in die Box gegangen ist und immer noch draußen ist, wird diese, dieser orangene Graf, äh, oder Linie geht immer steiler nach oben. Ja, das ist eben der Effekt für die Streckeneingewöhnung. Ähm, das ist eben nicht nur der Effekt, weil, ähm, Gasly ein paar Minuten in der Box war und Albon nicht. Sondern ihr werdet eben mit mehr Runden am Stück eben viel schneller eure Streckeneingewöhnung auf 100% bekommen. Das ist die Idee dahinter, darum wollte ich euch das auch einmal zeigen. So im Unterschied, weil man das hier sehr gut sehen kann. So, hier seht ihr auch mal fürs Rennen schon mal vielleicht, wichtig das zu verstehen, ne, Kraftstoffverbrauch, dass es eben bis zum Ende reicht. In dem Fall haben wir ja die 40 Runden bei Albon eingestellt. Im Rennen wird das so ähnlich aussehen. Dann seht ihr auch, ob es genau reicht bis zum Rennenende. Weil ihr wollt natürlich auch nicht zu viel Sprit haben, weil mehr Kraftstoff an Bord bedeutet ja auch mehr Gewicht. Mehr Gewicht bedeutet, ihr seid langsamer. Das heißt, auch euren Kraftstoff wollt ihr eigentlich immer so managen, dass ihr am Ende des Rennens auch möglichst wenig davon noch im Tank übrig habt, ja. Das ist auch nochmal wichtig. Werden wir natürlich im Rennen nochmal drauf eingehen. Und ERS hatte ich ja schon mal ein bisschen ausführlicher erklärt. Was können wir noch erklären? Das werde ich denke ich im Qualifying und dann im Rennen auch nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Da haben wir ja nicht so viel Übersicht, äh, beziehungsweise Einfluss drauf. Wir können uns das Ganze mal ein bisschen anschauen bei Gasly. Hier, ihr habt hier diesen DRS-Button. Ja, wir können das nicht managen. Im Training ist es so, dass die, ähm, das nutzen können, beziehungsweise im Qualifying ist es erst wichtig. Äh, da können sie es jederzeit nutzen, die Fahrer. Auf der Geraden können sie das DRS aktivieren. Das DRS ist nicht das ERS, das ist unterschiedlich. Also ERS ist die Batterie, ne, die sich auflädt und die ihr verbrauchen könnt, um dann extra PS zu bekommen. Oder extra Geschwindigkeit beim Beschleunigen aus den Kurven heraus, um schneller zu sein. Ähm, DRS, ähm, geht auf den Flügel. Und zwar kann der Flügel auf, auf bestimmten Geraden auf einer Rennstrecke, das ist bei jeder Rennstrecke immer ein bisschen anders, wo diese Zonen sind. Ihr seht das jetzt, ne, der Flügel ist aufgemacht worden. Das bedeutet, für alle, die das nicht kennen, ähm, auf der Geraden weniger Luftwiderstand. Das heißt, auf der Geraden ist man schneller. Ja, das wurde ursprünglich in der Formel 1 mal eingeführt, wer es nicht weiß, ähm, um einfach mehr Überholmanöver zu erzwingen, ne. Es gab mal eine Zeit lang eben, ähm, eine gewisse Langeweile in der Formel 1 oder mit weniger Überholmanövern. Und das wurde deswegen eingeführt, um eben damit, wenn Fahrer direkt hintereinander fahren, äh, kann der Flügel auf der Geraden in bestimmten, auf bestimmten Streckenteilen nicht überall, sondern auf bestimmten Streckenteilen kann der geöffnet werden im Rennen. Ähm, ist das ganz wichtig, dass es nur, ne, in bestimmten, ähm, Streckenteilen immer funktioniert. Im Qualifying könnt ihr das, glaube ich, auf jeder Geraden theoretisch nutzen, die Fahrer, wie ihr sehen könnt. Und ihr seht das eben auch hier immer am grünen Button. Wenn der grün aufleuchtet, ist es gerade aktiv. Wenn nicht, dann nicht. Da haben wir als Manager auch keine große... Also wir können das nicht bestimmen, ja. Das macht der Fahrer selber. Und im Rennen ist es eben so, um das einmal schon mal kurz zu erklären, wie es dann im Rennen sein wird. Wenn ihr an bestimmten Punkten, ich werde euch das später auf der Streckenkarte auch nochmal zeigen, ähm, weniger als eine Sekunde Abstand habt, ähm, hinter dem Konkurrenten, der vor euch fährt. Also ihr seid sehr nah, ähm, hinter einem Konkurrenten an einem bestimmten Messpunkt. Weniger als eine Sekunde hinter ihm. Dann könnt ihr auf der, meistens ist sie darauf folgende Gerade, die, äh, etwas länger ist, könnt ihr das eher DRS benutzen. Das wird dann grün, wie gesagt, der Flügel öffnet sich. Und ihr habt eben einen Geschwindigkeitsvorteil auf der Geraden. Und könnt dementsprechend den, den Fahrer, der vor euch fährt, viel einfacher überholen, ja. So funktioniert grundsätzlich das DRS-System in der Formel 1 und eben jetzt auch hier im Spiel. Das nun mal schon mal als grobe Erklärung. Ich denke, das wird im Rennen dann nochmal ein bisschen klarer. Da werde ich es nochmal ein bisschen genauer erklären, wie das Ganze funktioniert. Aber hier kann man es schon mal sehr gut sehen, ne. Dadurch seid ihr eben immer viel schneller auf der Geraden, ähm, und ist einfach, fürs Rennen ist es immer eine Überholhilfe, wenn man so will. So, ich gehe mal wieder auf maximale Geschwindigkeit, äh, wie gesagt, Albon holen wir ja nicht rein. Ihr seht jetzt schon bei Albon, ne, er hat jetzt schon fast 90% Strecken-Eingewöhnung. Vielleicht wird er sogar schon die 100% erreichen. Das kann ich auch mal auf, auf, auf irgendwas anderes eingehen. Ähm, ihr habt im Spiel auch, äh, Highlights, wenn Unfälle oder ähnliches passieren, ne. Taucht das oben auf, hatte ich noch nicht gezeigt. Wenn wir draufklicken, das war eben auch unser Fahrer, Albon. Und dann sehen wir in der Wiederholung, was passiert ist. Er hat sich gedreht. Passiert, passiert euch bei schlechteren Fahrern natürlich öfter als bei besseren Fahrern. Das ist auch ein Grund, warum ihr gute oder solide Fahrer haben wollt, selbst bei schlechteren Teams. Da kann ich vielleicht auch schon mal einen Tipp zugeben. Auch wenn es ein bisschen schade ist, ich weiß, viele haben die Fantasie, Mick Schumacher vielleicht groß zu machen. Das ist mit Sicherheit auch möglich. Also wenn ihr Geduld habt, könnt ihr aus Mick Schumacher in diesem Spiel bestimmt auch einen guten Fahrer machen. Auch bestimmt ein paar Jahre, aber könnt ihr machen. Er startet allerdings mit nicht ganz so guten Werten in diesem Spiel. Weshalb ich, wenn ich bei Haas anfangen würde, wenn ihr das Optimum rausholen wollt, würde ich Mick Schumacher direkt entlassen und einen neuen Fahrer holen. Genauso wie eben wir das gemacht haben mit Latifi. Es gibt einfach leider ein paar Fahrer, die nicht ganz so gut sind. Und wie gesagt, das hat Einfluss auf viele Sachen. Einmal auf eure Geschwindigkeit pro Runde natürlich auch im Rennen, also auf eure Leistung natürlich. Aber eben auch auf die Anzahl von Unfällen und Drehern etc. hat das leider sehr großen Einfluss. Weshalb es sich normalerweise nicht lohnt, schlechtere Fahrer mit durchzuziehen. Wenn ihr natürlich ein tolles Auto habt, könnt ihr natürlich auch schlechtere Fahrer haben. Aber grundsätzlich, wenn ihr natürlich das Optimum rausholen wollt, versucht immer möglichst gute Fahrer zu bekommen. Jetzt haben wir mal eine Reifenverschleißwarnung bekommen. Für die, die sich das vielleicht schon gefragt haben, wann wird ein Reifen wirklich spürbar schlechter für uns. 30 Prozent, ihr seht hier die Prozentzahl bei Albon. Ab 30 Prozent, ihr solltet wenn möglich nicht unter 30 Prozent kommen, auch im Rennen. Die KI schafft es dann doch immer noch ganz gut, eigentlich mit dem Reifen weiterzufahren und auch noch vernünftige Rundenzeiten zu fahren. Bei unseren Fahrern ist das oft so, ist das nicht mehr so gut. Also ab 30 Prozent sollte man dann wirklich eigentlich spätestens mal in die Box fahren und dementsprechend auch planen. Das ist so die magische Grenze, egal bei welchem Reifensatz übrigens. Egal ob hart, weich, mittel, also medium oder eben auch bei den Regenreifen. Wir haben jetzt noch sieben, acht Minuten. Ich stelle jetzt mal eben Sparen ein. Er soll einfach nur noch ein paar Runden fahren. Möglichst langsam, damit der Reifen sich langsamer verschleißt. Dafür wird er viel langsamere Rundenzeiten fahren. Und ja, wieder auf 16 Prozent, damit wir die Session zu Ende bekommen. Und dann auch noch Training 3 schaffen. Ich hoffe, ich kriege das alles noch in die Folge. Ich meine, das ist jetzt schon ziemlich viel Zeit vergangen. Ja, die ersten Folgen werden wahrscheinlich um einiges länger als dann die späteren Folgen, kann ich euch schon mal sagen. Ich finde es nur blöd, jetzt das zu unterbrechen. So zwischen Training 1 und 2 Unterschied zu machen oder einen Schnitt zu machen. Oder zwischen 2 und 3 ist das, denke ich, Schwachsinn. Darum, denke ich, nehme ich das dritte Training noch mit rein. Ein optimales Setup bei Gasly, sehr, sehr gut. Ja, das heißt, wir haben so 97,5 Prozent oder sogar mehr. Gehen wieder auf 16 Prozent, damit die Session beendet wird. Und ja, bei Gasly werden wir nicht mehr viel ausstellen müssen. Also am Ende vom zweiten Training haben wir in dem Fall schon 100 Prozent. Oder Minimum, sage ich mal, 97,5 Prozent. So, jetzt haben wir schwerere Reifenverschleiß. Ja, gut, Session ist zu Ende. Von daher ignorieren wir das Ganze. Ja, ihr seht, bei 20 Prozent gibt es dann nochmal eine extra Warnung, eine rote Warnung. Gefährlich. So, vorbei, wie gesagt, Ergebnisse interessieren mich nicht. Wir sehen, guck, 99 Prozent bei Gasly jetzt schon. Ja, wir können nochmal leichte Anpassungen machen. Auto-Teile-Kenntnis ist eben nicht bei 100 Prozent, weshalb wir eben hier noch nicht 15 von 15 haben. Genauso Strecken-Eingewöhnung. Ihr seht auch nochmal einen Unterschied. Strecken-Eingewöhnung, Albon hat ein bisschen mehr. Das lehrt nicht nur daran, dass Gasly, wie gesagt, ein bisschen Zeit in der Box verbracht hat, sondern eben auch, weil Albon durchgefahren ist. So, fortfahren ins nächste Training. Das wird jetzt ein bisschen schneller gehen, denke ich. Das werde ich mal überspringen. Genau, geht einfach so weiter. Könnt ihr auch wieder simulieren, wenn ihr wollt. Ähm, hier werde ich mit Gasly wieder das gleiche machen. Ihr könnt übrigens im ersten Training auch immer euren Reservefahrer, was wir auch ab dem zweiten Rennen machen werden, beim ersten wollte ich es noch nicht zeigen, äh, euren Reservefahrer fahren lassen. Dann kriegt er schon mal ein bisschen Erfahrungspunkte. Äh, Reifenmischung. Wir schicken ihn wieder auf Rot raus, Gasly. Wobei, wir könnten ihn jetzt auch einmal durchfahren lassen, da er schon 99 Prozent hat. Machen wir das so, lassen wir ihn einmal auf Hard durchfahren. Ähm, er braucht auch nicht mehr so viel Streckenangewöhnung, vielleicht reicht das. Ähm, locker, weiß nicht, 35 Runden. 30 Runden reichen wahrscheinlich auch. Ich würde auch sagen, komm, fahr ein bisschen langsamer, damit die Reifen nicht so sehr verschleißen und gut ist. Können wir ihn so rausschicken. Auto-Setup 99 Prozent. Ihr seht, der Bereich wird wieder kleiner. Wir haben nur noch bei Bremsstabilität ein bisschen, äh, Bedarf, wenn wir es unbedingt auf 100 Prozent kriegen wollen. Das heißt, Nachspur wäre da vielleicht eine Sache. Ein nach rechts. Teste ich jetzt einfach mal aus. Ne, könnte auch links sein, wissen wir nicht. Wir testen es so aus. 99 Prozent ist noch viel für ausreichend. Auch bei Albon haben wir schon 92 Prozent. Den schicken wir jetzt erstmal wieder auf Weichenreifen raus. Äh, 18 Runden in etwa. Das kann so bleiben. Hier werden wir auch das Setup nochmal einstellen. Wir sind jetzt auch schon hier bei optimal bei einigen Sachen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. Übersteuern ist nur wenig. Traktion, ein bisschen größerer Unterschied. Ja, ist immer noch die Frage. Rechts oder links davon, ne? Testen wir es links davon. Hoffen wir mal, dass es da richtig ist. Äh, was hat sich noch verschoben? Bremsstabilität müssen wir wieder ein bisschen anpassen auf optimal. Wieder zum grünen hin. Haben wir jetzt. Ähm, Kurvengeschwindigkeit wollen wir allerdings ein bisschen versetzen. Und ich teste mal nach links. Das heißt, wir machen es so. Und passen dann die Bremsstabilität, die sich verschoben hat, wieder mit der Nachspur an. Genau, sind so wieder im optimalen Bereich. Bei Geraden ja sowieso. Und bei Übersteuern lassen wir großartig. Und hoffen, dass das vielleicht reicht schon, dieser kleine Unterschied auf optimal. Ansonsten ist großartig auch immer, ähm, ja, was Gutes, was man anstreben kann, ja? Muss man nicht überall unbedingt optimal haben. Ich mach das jetzt mal ein bisschen schneller, damit wir auch mal zu Pötte kommen. Wollen auch das dritte Training verwalten. Und los geht's. Ja, beide sofort rausschicken. Äh, 16-Fahrer Geschwindigkeit. Und durchlaufen lassen. Wie gesagt, das wird dann am Ende in den Trainingssessions auch das machen, wenn ihr Übungen damit habt. Das geht relativ schnell in das, was ihr macht. Ihr stellt das Setup einmal ein am Anfang. Schickt die Fahrer raus. 16-Fahrer Geschwindigkeit. Bisschen Feedback geben. Holt sie rein. Äh, stellt das Fahrersetup wieder um. Schickt sie wieder raus bis zum Ende der Session. Und dann macht ihr das bei den anderen Trainingssessions genauso. Das ist natürlich ziemlich langweilig. Und nochmal, was habt ihr davon? Ihr kriegt mehr Attributspunkte. Ihr habt ein besseres Fahrersetup. Eure Fahrer fühlen sich wohler mit dem Setup, mit dem Auto. Äh, was auch die Anzahl von Fehlern natürlich reduziert. Ähm. Was ist der Nachteil? Ihr braucht für Trainingssessions 1, 2 und 3 insgesamt minimum 30, 35 Minuten. Selbst wenn ihr sehr schnell seid. Und das pro Rennwochenende müsst ihr euch eben gut überlegen. So, jetzt lassen wir die mal ein bisschen durchfahren. Ähm. Gibt es hier noch irgendwas, was ich erklären kann? So auf die Schnelle. Das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. Ne, hab ich eigentlich alles, ne? Den Rest machen wir dann im Qualifying und im Rennen, was das angeht. Wir haben jetzt die Streckeneingewöhnung bei Albon schon bei 100%. Das heißt, wenn wir jetzt mit seinem Setup zufrieden sein sollten, wenn er uns Feedback gibt, werden wir ihn auch nicht mal rausschicken. Warum? Keine unnötigen Runden im Training machen, weil es verschleißt weiterhin euer Getriebe, euer Motor und euer ERS-System, wovon ihr ja nur eine begrenzte Anzahl habt. Und ich kann euch schon mal verraten, ihr werdet am Ende der Saison wahrscheinlich bei allen Teams immer ein bisschen Probleme damit haben, mit der Haltbarkeit genau dieser Sachen, ja? Also Motor ist immer schwierig am Ende der Saison, genauso ERS-System und Getriebe, von der ruhig sparsam damit umgehen. Keine unnötigen Runden fahren im Training. So, Gasly holen wir auch sofort rein. Nachdem er uns Feedback gegeben hat. Albon genauso. So, schauen uns Gasly an. Ja, ne? Jetzt kann ich das mal zeigen. Wir haben falsch geraten. Bei der Bremsstabilität müssen wir wahrscheinlich nach rechts. Wir haben jetzt nur 98%. Unser Bestes davor war 99%. Und wir können jetzt einfach zurücksetzen und klicken. Und sind jetzt wieder auf diesem 99% Setup. Ja, und jetzt gucken wir, okay, Bremsstabilität links war falsch. Also schieben wir das Ganze nach rechts. Wenn ich es noch richtig gesehen habe. Ich hoffe, ich habe es richtig gesehen. Ne, das war die Nachspur. Gehen nach rechts ein. Und gucken wir, ob das dann passt. Das war doch rechts, ne? Also vorher hatten wir es, glaube ich, links. Oder hatten wir es, ne? Oh mein Gott. Oder hatten wir es doch eben links. Nicht Radsturz wollte ich verschieben. Sondern die Nachspur. Ach, stimmt. Ja, wir sehen jetzt mal alle. Genau. In der Legende sieht man es ja. Das Beste ist das Grüne. Ja, ich verschiebe das mal ein bisschen weiter. Das Beste ist das Grüne. Wenn du nur diese Pfeile siehst. Von oben und von unten. Das ist das, was wir vorher jetzt eingestellt haben. Und das war ja nach rechts hin falsch. Rechts wurde es nicht besser. Also machen wir es jetzt nach links. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Jetzt haben wir es links vom Grünen. Und da könnte es optimal sein. Hoffe ich zumindest mal. Und könnten so. Achso, was habe ich gemacht? Achso, wir müssen natürlich noch Reifen auswählen. Können wir eigentlich nochmal einen roten nehmen. Wir haben ja auch keine anderen mehr. Und ihn einfach nochmal für nur das Minimum rausschicken. Ach, wir hatten ihn auf harten Reifen, ne? Dann können wir ihn auch auf hart wieder rausschicken. Eigentlich wollte ich ihn ja durchfahren lassen. Aber da wir schon eine hohe Streckeneingewöhnung haben, ist es nicht notwendig. Dann schicken wir ihn jetzt, ähm, weiß nicht, für 25 Runden einfach mal. Wir können ihn ja früher wieder reinholen, um das Setup dann doch nochmal zu testen. Und müssen natürlich unten rechts auf Bestätigen klicken. Ähm, so, machen wir das gleiche jetzt nochmal für Albon. Neu konfigurieren. Gucken wir uns erstmal das Setup an. Er ist jetzt auf 86%. Wir hatten vorher aber schon mal 92%. Könnten wir jetzt gucken, ob wir es zurücksetzen und nochmal neu anpassen. Oder ob wir es so machen. Dann können wir es eigentlich auch zurücksetzen auf die 92%. Und sehen ja jetzt aber auch die Markierung, wie haben wir es vorher eingestellt. Jetzt hatten wir hier bei Kurvengeschwindigkeit, um das auch nochmal als Beispiel zu nehmen. Ähm, eben da, wo es grün ist, war es das Beste. Links davon war es anscheinend dann nicht besser. Also machen wir es jetzt rechts davon. Ja, Kurvengeschwindigkeit ist immer meistens über Radsturz. So am besten. Da haben wir es jetzt nach rechts gemacht. Und wahrscheinlich wird es da besser sein. Ähm, gucken wir uns das Ganze andere nochmal an. Geraden, optimal, bleibt optimal. Das lassen wir so. Ähm, wo sind wir da eigentlich beim Frontflug, also bei den Übersteuern hingegangen? Da waren wir links davon. Dann gehen wir jetzt rechts davon. Und erhoffen uns damit eine Verbesserung. Ähm, genau. Äh, Traktion hatten wir hier hingesetzt. Und war auch nicht viel besser. Also setzen wir Traktion vielleicht dann doch nochmal nach rechts. So, schauen uns jetzt nochmal alles an. Hier unten ist in Ordnung. Oben ist in Ordnung. Beim Übersteuern. Äh, Bremsstabilität ist ungefähr wieder 1 zu 1. Also bleibt optimal. Das wollen wir auch so haben. Kurvengeschwindigkeit ist immer noch rechts davon. Sollte uns eine Verbesserung bringen. Traktion haben wir richtig. Also lassen wir das Ganze so. Äh, und schicken jetzt unseren Albon nochmal raus. Vielleicht nochmal mit einem gelben Reifen. Und schicken ihn auch für, weiß ich nicht, ruhig nochmal 18 Runden raus. Weil er hat ja dann eh schon, hat schon die Streckeneingewöhnung. Also nur noch für das Setup jetzt. Schicken wir ihn raus. Nicht mehr für die Streckeneingewöhnung. So, höchste Geschwindigkeit. Und dann können wir uns vielleicht gleich nochmal in der Zeit ein paar andere Fenster anschauen. Vielleicht auch nochmal hier. Ihr seht hier immer, macht im Training natürlich mehr Sinn, ähm, das so einzustellen. Was ist der Abstand zum aktuellen Spitzenreiter? Ihr könnt auch umstellen auf, ähm, ja, welche Reifen. Gerade im Rennen, am Anfang, am Start, mache ich meistens Pause und gucke mir erstmal die Reifen an. Von der Konkurrenz. Und wie viel Prozent haben die noch? Das ist auch ziemlich interessant natürlich. Äh, Sektoren finde ich jetzt nicht so interessant. Äh, letzte Runde kann man sich anschauen. Im Rennen auch immer ganz gut, um einen Vergleich zu ziehen, ne, zum Konkurrenten, der direkt vor oder hinter einem fährt. Ähm, fährt man da ähnliche Rundenzeiten oder langsamer oder schneller. Äh, Runden ist jetzt, ja, auch nicht so interessant. Äh, Intervall ist auch im Rennen oft natürlich ganz gut. Intervall bedeutet ganz einfach, ähm, welchen Abstand hat man zum Fahrer, der vor einem fährt. Ja? Ist auch im Rennen natürlich nicht schlecht. Im Training macht meistens natürlich der Vergleich zum Spitzenreiter am meisten Sinn. Und ja, gehen wir wieder auf höchste Geschwindigkeit. Gucken wir mal, ob wir das Setup noch hinbekommen. Beide haben jetzt die Eingewöhnung, Strecken-Eingewöhnung von 100 Prozent erreicht. Perfekt. Äh, Autoteile, Kenntnis, wie gesagt, neue Saison, komplett neues Auto. Darum werden die wahrscheinlich erst im Zweiten. Ähm, am zweiten Rennwochenende die 100 Prozent erreichen. Noch nicht im ersten Rennwochenende. Und wie gesagt, Fahrersetup haben wir ja auch schon ganz gut eingestellt bis jetzt. Schauen wir uns das gleich nochmal an. Am Ende von T3. Wir werden auf jeden Fall nichts mehr groß verändern. Wir nehmen dann das beste Setup, was wir bis jetzt dann erreicht haben. Wenn es unsere Fahrer überhaupt noch schaffen mit dem Feedback. Das wird, denke ich, recht knapp. 15 Minuten. Mal schauen. Er hat zwei von fünf, ähm, Bereiche, wo er schon, Feedback geben kann, der Gasly. Beim Albon sind es jetzt auch zwei von fünf. Mal schauen, ob wir das überhaupt noch schaffen mit fünf von fünf. So, lassen wir schnell durchlaufen. Und dann, wie gesagt, haben wir eine sehr, sehr lange Folge. Aber dann bin ich mal die Training Sessions einmal für euch komplett sehr intensiv durchgegangen. Wir werden das in den nächsten zwei Rennen mit der jetzt auch nochmal durchgehen, die Training Session. Allerdings viel schneller dann. Da werde ich dann auch ein paar Sachen rausschneiden, weil so spannend ist das nicht. Da werde ich nur noch die wichtigsten Sachen zeigen. Zum Beispiel nochmal das Auto Setup, dass wir es noch ein paar Mal gemeinsam machen für die, die sich das wünschen. Die dann noch ein bisschen Übung brauchen und sich das gerne so ein bisschen abschauen wollen. Und irgendwann werde ich es dann komplett rausschneiden, die Training Sessions. Also keine Sorge, wir werden jetzt nicht jedes Rennen-Wochenende das so machen. Ja, wir sind immer noch bei optimal. Müssen wir mal schauen, sind wir jetzt von... Ja, er sagt selber, perfekt, das könnte die 100% sein. Da wir keinen extra Verschleiß haben wollen, holen wir ihn auch sofort rein. Kein extra Verschleiß. So, ja, bei Albon haben wir leider immer noch großartig. Also müssen wir mal schauen, wir holen ihn auch sofort rein. Dann schauen wir uns das nochmal einmal kurz an, bevor das Training endet. Ja, gut, wir haben 100% erreicht. Alles ist optimal bei Gastly. Besser geht es nicht. Wir kriegen die maximale Anzahl von Punkten, Leistungspunkten dafür. Und ja, so soll es am Ende natürlich immer aussehen, wenn es perfekt ist. Aber wie gesagt auch... Das ist in Ordnung, nicht nochmal rausschicken. Aber auch wenn ihr nur, sag ich mal, um die 90% erreicht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Ähm, das ist jetzt nicht schlimm, wenn man da nicht 100% hat. So, bei Gastly will ich es auch nochmal gerne sehen. Kommt da rein. Na, da die Session vorbei ist, kann ich es mir jetzt nicht anschauen. Müssen wir jetzt nochmal gucken. Diese Ergebnisse sind mir egal im Trainingssession. Ah, wir haben 95% erreicht. Ähm, dementsprechend haben wir bei Albon eben, ne, auch nur 14 Attributspunkte Steigung. Seht ihr jetzt auf der rechten Seite, was das genau beeinflusst. Und bei Gastly haben wir alle 15 bekommen, weil 85% Autoteilekenntnis anscheinend schon reicht, um 3 Punkte dafür zu bekommen. Ähm, haben wir da eben alle Punkte bekommen. Und hier, da wir nur ein Setup-Vertrauen von 95% haben, eben 14, 15, was aber auch schon ziemlich, ziemlich gut ist. Äh, können wir uns das nochmal hier anschauen? Ich glaube, in der nächsten Ansicht erst, ne? Genau, dann gehen wir ruhig schon mal weiter. Äh, die Folge wird allerdings gleich enden. Ähm, hier sind wir jetzt schon in der Vorbereitung fürs Qualifying. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Gucken wir uns trotzdem nochmal das Setup einmal an. Ähm, 95%, das ist jetzt auch unser neues, äh, bestes Setup. Ihr könntet theoretisch für das Qualifying weiterhin zocken und das versuchen nochmal höher zu kriegen, nochmal rumspielen. Ich mache das normalerweise nicht. Ich lasse es jetzt so, 95% ist vollkommen in Ordnung. Ich bin damit sehr zufrieden. Ähm, und ja, wie wir das Ganze uns, äh, oder wie wir uns dann aufs Qualifying vorbereiten, was wir da so machen, machen wir dann gemeinsam in der nächsten Folge. Die Folge war lang genug. Und, ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Daumen nach hoch, Abo, äh, abonniert meinen Kanal, wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr mehr sehen wollt. Und, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen.